Seid gegrüßt. Ich habe heute die Ehre, Frederik Rosat vom Bündnis Sarah Wagenknecht bei mir zu Gast zu haben. Seid gegrüßt. Moin. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich erstmal vorstellst. Ich meine, ich hatte ja schon mal einen Stream mit dir und ein paar anderen, aber viele Zuschauer wissen wahrscheinlich trotzdem nicht mehr, wer du warst. Also, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Frederik Rosat. Ich komme aus Emden, Ostfriesland. Ich war, bevor ich beim BSW war, war ich bei Die Linke, aber aus bekannten Gründen konnte ich diese Politik da nicht mehr mittragen. Somit wurde ich dann auch einer der Mitbegründer vom Vorgänger der Partei, dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht, dass sich dann ja auch aus den, dass daraus sich dann ja auch im Januar die Partei gegründet hat, wo ich dann ja auch mit beim Gründungsparteitag war. Ja, was mache ich so? Ich arbeite im Schichtdienst. Diese Woche habe ich Spätschicht. Ich bin ein bisschen müde und kaputt. Verzeiht mir das ein bisschen, wenn alles nicht so klar rauskommt. In meiner Freizeit engagiere ich mich halt sehr stark für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich mache aber auch noch kommunal viel. Ich bin zum Beispiel ein sogenannter Dorfkümmerer. Wenn ältere Menschen oder Leute, die nicht so viel Geld haben, wenn die Hilfe brauchen bei Technik, wenn es Kleinigkeiten im Garten sind oder wenn irgendwas repariert werden muss, helfe ich da auch noch mit. Ich bin bei Ehrenamt Emden tätig. Wenn Menschen Hilfe brauchen, Fahrdienste, mache ich diese auch. Also kostet viel Freizeit, macht aber Spaß. Nebenbei führe ich noch eine Ehe. Ich bin ganz froh, dass meine Frau noch die Scheidung eingereicht hat, aber sie hält mir ganz gut den Rücken frei. Und ja, es macht alles Spaß. Der Wahlkampf ist im Moment hart. Da wird mit harten Bandagen im Moment gekämpft und kostet viel Energie. Aber für den 9. Juni lohnt sich das. Warum bist du von der Linkspartei zum Bündnis Sarah Wagenknecht gegangen? Aber da gab es sehr viele inhaltliche Probleme. Einerseits wurde jedes Mal gegen Sarah geschossen, anstatt hier die eigenen Wahlniederlagen zu analysieren. Und ich war da auch in einer parteilichen Opposition irgendwann mal. Also viel mit dem Parteivorstand dann auch geredet in Zoom-Meetings und was weiß ich alles, Und ich habe auch in der Mitte des Mitglieder Zooms und so auf Landesparteitagen Kritik geäußert, weil sich auch die Linke auch inhaltlich auch immer mehr zu den Grünen zugewandt hat. Es gab gar keine klare Friedensposition mehr. Das war alles nur noch nebenbei. Man hat sich auf ein städtisches Großstadtmilieu gestürzt und dabei die Leute auch auf dem Land vergessen. Und das hat mich alles sehr gestört. Und ja, ich war damals kurz zu überlegen, wieder rauszutreten. In Emden war ich Gott sei Dank nicht wie in anderen Kreisverbänden in einem sehr guten Umfeld, wo wir so gut wie strömungsfrei waren, wo wir auch gar keine Bewegungslinken hatten, die viel angetrieben haben in einer Partei. Es war eine kleine Mehrheit, aber leider eine laute Mehrheit. Ja, und somit blieb der Schritt zur neuen Partei leider auch traurig. Traurigerweise muss man sagen, blieb mir der dann auch gar nicht mehr weit. Ja, Bewegungslinken, welchen Namen verbindet man denn damit? Ich möchte gar nicht mehr so viele Namen nennen. Nee, nicht aus deinem persönlichen Umfeld. Jetzt so öffentlich bekannte Politiker, Leute, die sich nicht häufig mit der Linkspartei beschäftigen, die wissen gar nicht, was mit Bewegungslinke gemeint ist. Ja, Bewegungslinke, ja. Ja, also Martin Schiedewang zum Beispiel ist jetzt nicht direkt in den Bewegungslinken, unterstützt die Strömung aber. Oder, ach, wie hieß der? Den Namen habe ich schon gelöscht. Bernd Rieksinger? Ja, genau, richtig. Ja, den Namen hatte ich schon gelöscht, tut mir leid. Er und hier Kipping haben das natürlich ganz stark vorangetrieben, was dann ja auch in einem extremen Mobbing gegen Sarah geendet hat. Ja, das war diese alte Parteiführung, die Sarah Wagenknecht da so nonchalant nach der Bundestagswahl, wo sie noch als Spitzenkandidatin angetreten war, abgesägt hatte. Also die quasi den Untergang der Linkspartei, den wir jetzt beobachten, eingeleitet hat. Und du hast die Friedenspolitik angesprochen. Also welche Rolle spielt denn da Personen wie Bodo Ramelow, die sich ja ganz öffentlich dazu geäußert haben, dass man Waffen an die Ukraine liefern solle, ganz egal, was das Parteiprogramm sage? Natürlich eine ganz starke Rolle spielt das. Weil man sieht, man merkt es jetzt auch im Wahlkampf, es wird jetzt nicht direkt angesprochen, dass man gegen Waffenlieferung ist. Das hört man sehr selten. Sondern der Diskurs aus progressiven Kreisen, dieses sogenannte progressive Netzwerk, sagt ganz klar, wir dürfen nicht so sehr das Thema diskutieren, sondern sagen dann lieber, nicht immer mehr Waffen zu liefern. Und Ramelow ist da natürlich ein ganz großer Garant für. Er hat Macht in der Partei, er ist Ministerpräsident. Und da wird man schon vorsichtig sein, dass man nicht so viel in der Öffentlichkeit gegen Waffenlieferungen sich einsetzt. Und mit Ramelow? Wir haben es ja auch. Ja? Das ist ja auch nicht nur der Faktor Ramelow. Es ist ja auch der Faktor Carola-Rakete. Das kommt ja auch noch dazu. Sie hat ja auch erst kürzlich in einem Taz im Interview gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, Raketenwerfer und was weiß ich zu liefern. Und tituliert das dann als Defensivwaffen. Und da sehen wir diesen allgemeinen Sprech im Moment, der im Wahlkampf von Die Linke auch ist. Und nur noch mal zur Klarstellung, auch was Carola-Rakete gesagt hat, es gibt keine Defensivwaffen in dem Sinne. Das ist einfach ein erfundenes Wort, was gemacht wurde, um Waffenlieferungen zu rechtfertigen. Irgendwann mal. Weil eine Defensivwaffe wäre nach Definition ein Helm. Oder Schutzkleidung. Also da spielen im Moment sehr viele Faktoren zusammen. Ja, oder diese Luftabwehr, die dann immer als Defensivwaffe tituliert wird, wir wissen ja, dass man mit diesen Raketen eben auch Ziele am Boden beschießen kann. Also das ist ja nicht einfach nicht so, dass die eine Waffe nur dazu dient, einen bestimmten Luftraum zu schützen und die andere dann nur zum Angriff dient. Das ist ja eine schwachsinnige Unterscheidung, die man verwendet, um den deutschen Waffenlieferungen schmackhafter zu machen. Aber kommen wir noch mal zum Thüringer Landesverband. Der Linken, der hat nämlich vor kurzem etwas, ja man könnte sagen Lustiges, man könnte auch sagen Erschreckendes gemacht. Ramelow hatte ja vor einigen Jahren noch selber Waffenlieferungen in die Ukraine und die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Und jetzt jüngst hat die CDU ja auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Und da hat der Thüringer Landesverband irgendwie diese Forderung von Ramelow vor zwei Jahren mittlerweile wieder vergessen. Also die Thüringer Linke ist jetzt anscheinend doch gegen eine Wehrpflicht. Und hat das auf einem Plakat sehr überzeugend argumentiert. Die CDU führt mit ihrer Kriegstreiberei und der Forderung nach einer Wehrpflicht die Menschen zu den Putin-Freunden von BSW und AfD. Also das hört sich so an, als würden BSW und AfD bald eine Koalition planen, um Vladimir Putin die Kontrolle über Russland zu übergeben. Also das ist mittlerweile diese völlig in die Kontrolle über Deutschland zu übergeben. Das ist mittlerweile die völlig Propaganda, die bei der Linkspartei gefahren wird. Was sagst du dazu? Ja, ich sehe das ja nicht nur als Propaganda. Ich sehe das auch einfach so, dass die auch jetzt ein bisschen Schiss kriegen. Und man merkt ja auch an ganz vielen Mandatsträgern von Die Linke oder auch von hier Europakandidaten von den Linken, dass sie sich doch lieber immer noch an uns abarbeiten, obwohl wir weg sind und gar nicht mehr auf eigene Inhalte losgehen. Da könnte ich jetzt ein paar Beispiele nennen. Also das ist ganz, ganz witzig, auch wenn man uns unterstellt, dass Dieter Deben bei uns ist und was weiß ich wer. Naja, die Linke versucht sich halt dem Mainstream anzuschließen, uns zu diffamieren, uns in irgendeine Ecke zu stellen. Und wie Christian Laie so schön sagte, Captain Niveau lässt grüßen. Also wie beobachtest du den Umgang mit diesen Angriffen aus der Linkspartei? Also normalerweise reagieren wir da gar nicht drauf. Bei dem letzten Post mussten wir drauf reagieren, was wir als BSW vor allen Dingen und Christian dann auch gemacht haben. Weil im Endeffekt, wir haben keine Lust darauf, uns mehr auf unsere alte Partei abzuarbeiten. Muss man ganz klar so sagen. Und ja, mich kümmert es auch mittlerweile nicht mehr. Ich finde es nur schade, dass sich das so entwickelt hat. Aber die letzte Stellungnahme zu diesem Post vom Thüringer Landesverband, die musste einfach sein, weil das ist schon unterste Schublade und das gehört sich nicht. Dann sollen sie uns lieber inhaltlich stellen. Dann kann man darüber diskutieren. Aber anscheinend fehlt ihnen den Inhalt und dann müssen sie so eine niveaulose Sache herauslassen. Ich beschäftige mich auch nicht mehr weiter mit Die Linke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab und zu lese ich vielleicht noch mal was. Aber ich sehe Die Linke nicht als politischen Gegner und ich lasse mich auch nicht von denen aufkratzen, dass wir unseren Wahlkampf vergessen. Ja, Die Linke dürfte ja eh bald irrelevant werden. Also ist das, glaube ich, nicht mehr die große Frage. Dann kommen wir, glaube ich, zum aktuellen EU-Wahlkampf. Also in Umfragen steht das BSW ja zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist ja eine sehr große Varianz. Und EU-Wahlen, die sind ja häufig ein wichtiger Stimmungstest. Also der Höhenflug der Grünen hat ja, also den wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben, der hat ja mit einem großen Sieg bei der EU-Wahl 2019 begonnen, wo die Grünen überraschend starkes Ergebnis hatten. Wie siehst du hier die Position des BSW? Also ich sehe hier die Position des BSW ganz stark, weil wir sind die einzige Partei, die definitiv, also die einzige relevante Partei, die definitiv auf soziale Gerechtigkeit setzt und auch die auch definitiv auch auf Frieden setzt, auf Verhandlungen. Das ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal und das honorieren uns die Leute auch. Und das höre ich auch ganz oft bei Veranstaltungen, mit denen ich rede. Das höre ich ganz oft bei Leuten, mit denen ich auch mit dem Wahlkampf rede. Und es ist auch interessant zu beobachten, dass auch viele junge Leute auf uns zukommen. Und da rede ich von 16 bis 24, die unsere Position in Ordnung finden. Die finden auch in Ordnung, dass wir uns für die Menschen in Gaza so einsetzen, was ja auch selbstverständlich ist. Und das machen die anderen Parteien einfach nicht konsequent. Und da sehe ich uns in einer gestärkten Position. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wir haben auch eine gute Kandidatenliste, eine sehr gute Kandidatenliste mit Leuten aus allen Fachbereichen. Und das sehen die Menschen auch. Es ist anstrengend. Ja, es gibt auch Leute, mit denen man mehr diskutieren muss, die auch nicht immer von ihren Positionen abzubringen sind, die einfach dann nur hetzen wollen. Aber das ist Gott sei Dank nur eine Minderheit. Also ich sehe uns ganz klar gestärkt im Wahlkampf. Ich sehe uns auf einem guten Weg im Wahlkampf. Die Veranstaltungen sind gut besucht. Es gibt viel Applaus. Also der Weg ist bereitet. Und ich persönlich hoffe auf so ein Ergebnis. Oder ich schätze so 8, 9 Prozent sollten eigentlich drin sein. Und selbst wenn es 5 Prozent werden, sollte man nicht enttäuscht sein, sondern dann hat eine 3 Monate alte Partei oder 4 Monate alte Partei hat dann auch ganz schön mächtig die anderen Parteien geärgert. Das sollte man auch nicht vergessen.